Das Projekt ist ein modernes pädagogisches Konzept, welches den Lernenden die Freude am Lernen zurückgibt, ihnen auch Möglichkeiten aufzeigt, um ihre Selbstständigkeit zu fördern, ihre Selbstwirksamkeit zu erfahren. Ein wichtiger Punkt ist sicher die Handlungskompetenzorientierung und die Individualisierung, damit die Lernenden in ihrem eigenen Lerntempo arbeiten können. Das Kernstück in Bezug auf die Digitalisierung ist das Learning Management System, das quasi die Missions enthält. Die Missions sind herausfordernde Lernsituationen, die die Lernenden bewältigen müssen und so die entsprechenden Kompetenzen erwerben. Es gibt Punkte im Lernprozess, wo Sie zum Beispiel ein Rätsel lösen müssen und Sie müssen nachher das Bild finden und dort ist ein Film hinterlegt oder ein neuer Auftrag hinterlegt. Das ist ganz bewusst im Lernprozess eingebunden, dass Sie eben quasi aus dem Schulzimmer oder aus Ihrer Umgebung rausgehen, sich in Bewegung setzen und neue Personen vielleicht an diesem Ort finden, mit denen Sie zusammen dann eine neue Aufgabe lösen können. Mich bewegt es enorm, dass die Lernenden vielfach erwähnen, dass sie stolz sind, wieder die Eigenverantwortung für ihr Lernen zu erhalten. Dass wir das Vertrauen haben in die Lernenden und ihnen quasi eben diese Verantwortung fürs Lernen wieder zurückgeben. Also ich glaube, das Beste beim LMS ist sicher, man kann selbst wählen, wie man arbeiten möchte oder wann man arbeiten möchte. Man kann auch so individuell halt sagen, wo man arbeiten will, jetzt zum Beispiel im Klassenzimmer oder hier im Lernraum. Jetzt finde ich es eigentlich viel besser als früher, weil jetzt weiss ich, wie ich lernen kann und wie ich mich vorbereiten soll. Viele Lehrpersonen hatten am Anfang Bedenken und gesagt, ja dann braucht es mich ja nicht mehr und das ist eine Fehleinschätzung. Das haben wir jetzt während dem Pilot auch gemerkt. Uns braucht es genauso wie vorher, wenn nicht noch mehr. Und gerade in neuen Rollen, wie als Coach, als Lernbegleiter, als Sparringpartner. Wir sind gemeinsam an einem Projekt beteiligt quasi, das zukunftsweisend ist und das hat uns als Lehrerteam enorm zusammengeschweisst. Wir sind jetzt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020